Ein Schritt der Ritter Waldemar Ein Schritt der Ritter Waldemar Doch wer sitzt da ins Schnelllokal Ein dicker, fetter Drache Und frisst die ganze Bude leer Was ne doofe Sache Der Waldemar, der zieht sein Schwert Und fuchtelt damit rum Haha, lass mir was übrig Schreit er sonst nie, denk dich um Der Drache ist nicht sehr beeindruckt Und lass sich nicht stressen So typen wie den Waldemar Fristert zum Mittagessen Drum holt er einmal luft Den Schleselig esser ja kein Lort Und dann spuckt er Feuer Und er grillt den Waldemar gut neug Hey, hey, hey Hey, hey, hey Lillibillipoo Dussebusebassebáj Oh, oh Hey, hey, hey Da waren wir Da waren wir dabei Jetzt hängt ein Schild an Schnelllokal, das gibt es hier nur heute. So ein Angebot, ritt ein Brot, also los ihr Leute! Oh! ó? o? äi-äi-iai bä친, bä bai, bai bai zun dabei Untertitelung des ZDF, 2020